Das ist ein bisschen eklig. Oh, vor allem wie das rumwackelt, oh nein! ... was man jetzt wählen muss. Thema 1, 2 oder 3. Ob du recht hast oder nicht? Ja, gleich das nicht. Ich hab ganz rechts genommen. Ja, 350 hab ich auch. Ja, wir sind so gut. Ey, ich hatte nur 300 in den Hüsten. Ich hab 350 gehabt. Ich hab 350 gehabt. Um das wenigste zu kriegen, muss man was zahlen, oder? Ja, genau. So, Level 1. Und was hast du jetzt Garry's Mod geholt? Damit wir auch Garry's Mod spielen. Weil das auch saugeil ist. So. Ich mach jetzt auch mal aufbereit hier. Ich wollte aber eigentlich erst noch mal eine rauchen. Aber naja, egal. Ich muss jetzt während dem Spielen machen. Das mach ich jetzt nach der Runde. Nach der Runde. Also ich hab jetzt auch mittlerweile schon 5000 von dieser blauen Geldeinheit, Währung. Konnte man damit die Waffen verbessern? Ja. Geil. Wie heißt das da? Waffenschmiede oder irgendwas? Schmiedekunst, Schmiedekunst. Ja. Da kannst du halt deine Waffen verbessern. Okay. Machen wir dann. Na gut. Nehmen wir die Brauerei. Nicht immer automatisch die teuerste. Das teuerste Update ist halt zum Beispiel das beste. Also wenn ihr immer nur das teuerste kauft, kann es überhaupt sein, dass ihr die Waffen dann später gegen die Wand klatschen könnt. Wir werden immer vorher schon testen, bevor ihr kauft. Dann werde ich mal gucken. Ich glaub Dr. X braucht auf jeden Fall dieses Visier, damit es noch mehr nach Ego aussieht. Ja, ja. Ich muss auf alle Fälle in Ego-Perspektive. Das ist überhaupt keine Chance hier. So, okay. Nicht kämpfen. Sterben, verflucht. Wir stehen wieder voll bei den Feinden. One. Und da hat der erste... Ja. Ja. Ich überlebt. Dieses anfängliche Massaker, wenn man bei den Leuten steht. Was ist denn jetzt passiert? Ich bin nun gar nicht drin. Ich hab gerade meine Waffen am abgetreten. Bist du... Achso, du bist gar nicht im Spiel drin. Bist du ähm möglicherweise... Hey! Dadurch, dass du gew- äh die Waffe verarbeitest. Vielleicht raus. Dann werden wir jetzt ganz schnell hier das... Ganz schnell den Sieg einfahren. X und ich. Und dann ganz klar. Wenn ich denn mal wüsste, wo sie sind. Bei mir hüpft hier ein Persönchen rum. Ja, ja. Das bin ich. Ach, das bist du? Ah, da oben ist er, ja. Ah, ich muss so schnell die Medikette. Ohhhh. Und dann krieg ich hier die... Ach Gott. Ist aber wirklich ganz... Also ich find's ganz witzig hier. Mir macht's Spaß. Und Splittergranate getroffen, ey. Fuck. Boah. Was hab ich denn jetzt hier für'n... Ich hab'n hier so'n... So'n Morgenstern-Stück in mir drin gehabt. Oh, da ist Snoop Dogg. Die Map ist ziemlich groß, ne? Dann kommt's so voll, als wären wir jetzt auch weniger als davor. Äh... Verläuft ich irgendwie so'n bisschen mehr. Kill confirmed. Kill confirmed. Kill confirmed. Kill confirmed. Dungeon Keeper 1 gratis. Kill confirmed. Oh, Mensch... Gott, komm'. Komm' sie angerannt. Ja. Oh, da ist noch einer. Der ist jetzt davon... Sie ist doch nicht davon gesprungen. Ha! Ha! Meiner springt meine Dicke einfach so rum, obwohl ich es gar nicht in Auftrag gegeben habe, diesen Sprung. Och Mensch! Ich brauch schnell ein Medipack. Ah, ich auch, glaub ich. Nee, ich nicht. Hier ist eins. Ecke. Ah, da hinten. Ja. Ob ich jetzt packen werde? Da hinten ist noch jemand bei diesem Flying-Kerl. Ja, hab ich gesehen. Ahhhh. Oh, der, der, der Frau, da fehlen auch die, da fehlen ein Stück von den Beinen. Oh, oh. Ah, da hat er mich totgeschackt. Schade, schade. So, ich komme mal wieder zu dir. Ja. Wird auch der Singleplayer freigeschaltet auch. Pass auf, ich bin gleich tot. Ah, ich seh's grad. Ich war da von hinten mit drauf. Der Dolan, da wieder heißt es gleich hin. Hab's gesehen, wie er dich noch, wer dich tatsächlich noch gekriegt hat, dieser... Ah, Pena, echt. Ich bin so doof, ich bin so blöd. Kann solche Spiele nicht aus der Perspektive? Das ist echt? Ich kann solche Spiele sowieso eigentlich nicht, aber aus der Perspektive ist wirklich... Ja, ich meinst automatisch in Shootern, eigentlich ist es seit kurzem gar nicht. Ja. Gefällt mir auch nicht so, wie das hier aussieht. Man gewöhnt, aber... Also, mit der Zeit gefällt man sich einfach dran. Ja, gut, du hast halt ziemlich stadt Auto-Aim, ne? Ja. Na, geht's auch schon, da geht's einfach noch draufballern. Ja. Und auf Entkommen aus den Situationen, weghüpfen. Ja, immer schon weghüpfen. Die Daufe immer weghüpfen. Ja, und immer permanent sprinten. Wuuuh! Ja, deswegen renne ich ja... Also, du hast ein Sprinchen immer und schießt dann dabei auch beim Wegrennen. Mhm. Aber jetzt haben mich grad die Feinde verlassen, ich sehe keine Feinde mehr. Ja, da verhängen sie mir ja am Arsch, hier glaube ich, oder? Ja, da oben, was war nach hier? Ja, scheiße, ja, ich weiß doch, dass sie am Arsch war wie klein. Schwucht ist. Oh, zum Beispiel mit zwei. Ich kann dir eigentlich noch, ja, stell weg! Ah, Kohl erschossen. Samimi. Ah, scheiße, mein Bein ist ab. Aber ich laufe noch. Auch mit Appenbein. Mit Appenbein. Appenzeller an den Beinen. Ich hab grad auch in Appenzeller gedacht. Warum? Warum? Sie wurden nicht zugelassen. Sie wurden nicht zugelassen. Sie wurden nicht zugelassen. Was wurde denn nicht zugelassen? Was wollte ich denn? Ha! Trotzdem gekillt. Obwohl er sich aufgeladen hat, der Dödel. Sie haben das bekommen. Ich habe, ich habe jemanden getötet. Kill! Yeah! Nein! Oh nein! Ach, jetzt hat mir jemand das Bein abgeschossen. Wie sie dann schreit? Au, 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 au! Ich würde so gerne wissen, wie man diese blöden Granaten schmeißt. Ja, die machen hier verdammt viele Kills mit Granaten. Aua, 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 aua! Ich hab den weg. Ja, ist weg, ist weg, ist weg. Kill confirmed. Kopfgeld, äh, sie haben das bekommen für das, was sie bekommen? Was? F? Das ist ganz merkwürdig. Sehr merkwürdig. Was? Ich weiß nicht, dass der Hancock weiß, wie man Granaten wirft. Ja, und Hancock hat vorhin Probleme gehabt. Ich habe ihn dann gefragt. Hancock, was ist los? Er hat ja eigentlich vorgeschlagen, dass wir das so spielen. Ich kenne das Spiel ja nur von ihm. Jetzt musste er aber gehen, weil sein Mikrofon spinnt. So. Sobald er nichts sagt, steuert sich das sofort so volle Pulle hoch. Ich habe schon an den Zahlen rumgehämmert, da passiert schon mal nichts. Ach, auf F schlägt man, auf G sollte man ja eigentlich... Okay, drückt man auf H. Man fängt dann total behindert an zu tanzen. Oh, oh yeah. Aha, okay. Das wird sowas von die Thumbnail davon. Das mache ich am Anfang so rein, so zwei, drei Sekunden. Sieht richtig behämmert aus bei ihr hier. Ah, ist das schön. Wollt ihr das aufnehmen, oder was? Ja, wir nehmen schon auf. Also du bist schon willkommen in der Aufnahme. Das ist der Huppie-Puppie. Da muss ganz grüßt, ey. Das ist ja unnormal, ey. Man muss ja mal begrüßen. Ach, kreis. Wird nicht begrüßen für den Kanal und so. Scheiße. Da kommen nur noch Zuschauer hier, diese Penalty, die sollen bloß wegbleiben, ey. Oh, ja, ich will euch nicht erst jemand, die Videos hier sieht, bitte. Aber ich hab nur noch drei Teile gesagt. Hallo. 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 Ja, da gewinnen wir jetzt. Jetzt, wo wir ein bisschen wenn man Nades schmeißt, haben die eigentlich gar keine Chance mehr. Die können direkt eigentlich offline gehen. Ja. Ich werde meine Granaten schon verworfen. Legt mich, der hatte doch nur noch zwei Trefferpunkte. Oh Mann! Kill confirmed. Oh, 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 von wo ballern sie? Ich muss erstmal zu Mr. X. Ich bin am spawnen. Oh, ich sehe dich da hinten. Kill denied. Ich wurde nicht zugelassen für diesen Kill. Schade. Ach. War ich nicht verstanden, was meine ich mit diesem Kill denied? Also, dass jemand anders den Kill gut geschrieben hat, glaube ich, oder? Ja, die Übersetzung ist ja nur merkwürdig. Also, ich meine, das heißt ja praktisch nicht zugelassen. Aber ja, das passt hier überhaupt nicht. Match gewonnen! Ja! Und sogar aufgenommen. Ich bin eh an, das bin ich nicht. Schade, ich bin die andere dicke Frau. Also, wertvollster Spieler, Flying Horse. Hey, zwei Kills, ja? Ja, ich bin noch ein Benachrichter so anzusehen. Ich kick da drauf, da passiert nichts. So, jetzt will ich aber erstmal, mach hier erstmal ein Päuschen. Genau, geh du erstmal einen rauchen und ich werde mal Tyrell wieder einladen. Bin aber dran, irgendwie. Warte, ich guck mal kurz. Kasher von der Zuji了吧. Ja, jetzt mach mal kurz. Vielen Dank.